Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab YouTube? Digga, ein Beef ist ein Fach, womit ich irgendwie gar nicht gerechnet habe, Alter. Zwischen? Yassa und Frankie. Coach Frankie. Coach Frankie. Digga, irgendwie mit Schwestern wurden mit reingezogen und so. Digga, also das ist richtig eskalierend. Ja, Coach Frankie ist doch, man muss sagen, der hat kein Blatt vor dem Mund, der ist aber auch nicht 100%. Ich weiß gegen den Abuchakas, der ist sowieso immer sehr kritisch eingestellt. Aber ihr müsst auch immer wissen, Coach Frankie hat nicht alle Schrauben im Kopf. Ja, der ist wirklich nicht. Ja, sowieso nicht. Deswegen, lasst einen Dauner oben da, abonniert, aktiviert die Glocke, wir gehen rein. Oh, echt Zeit, Digga. Nachklären können, das hätten wir danach. Du bist kein Mann. Wallah, ich dachte, du bist ein Mann, aber ich schwöre bei Allah, bei Allah, du hast diese Zeit, dass du kein Mann bist. Du haust einfach auf. Du bist alles andere aus einem Mann. Ey, der Typ, der Typ lässt mich nicht ausreden. Lässt mich nicht ausreden. Digga, Coach Frankie braucht gar nicht so anfangen mit lesbigen Ausreden. Der hat die Leute die ganze Zeit verarscht, Mann. Ich sag dir, wie es ist, bei ihm gibt es Sachen, wo er geredet hat. Er sagt, gib mir noch einen Punkt, gib mir noch einen Punkt. Er redet, 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 redet. Dann geht er raus. Trigger, was ist das denn? Lässt mich nicht ausreden. Lässt du mir. Wegen, ey, ey. Nicht Männer und Männer, die sich, ihr Wort. Nicht ausreden. Geh ich dir. Du lässt mich nicht ausreden. Frankie, guck mal. Ey, wenn du einmal noch rausgehst, wenn du einmal rausgehst, wenn du jetzt rausgehst. Mach link, du bist falsch. Okay, bin ich, bin ich. Aber lass doch mal reden. Lass doch mal reden in Ruhe. Was willst du mit mir reden? Lass mich doch mal ausreden in Ruhe. Du bist ein falscher Fuff. Lass mich doch mal raus. Also, das Ding ist, das Ganze ist so einfach wegen einem Match. Laba nicht. Digga, wegen einem Match nur, ne? Digga, die Situation. Laba nicht. Weil der eine nicht gespendet hat. Laba. Keine Ahnung, aber in die Match. Und guck mal, die sehen nicht jung aus. Versteht ihr, was ich meine nicht? Naja, das sind auf jeden Fall keine Kids. Das ist feinlich, Digga, ja. Reden. Du denkst, es geht mir um die Löwen? Gott, das reicht nicht. Weil der eine nicht das andere geschickt hat. Ey, Junge, ja. Lass mich dein Ehrenwort, Digga, es geht sauber aus. Na, warte mal, lass mich doch ausreden. Männer reden vom Mund, nicht von Schuh. Boah, lass mich doch mal ausreden. Gänsehaut. Nein, dies, nein, das. Weißt du was? Das ist, das hat was mit Katz Rampen zu tun. Verstehst du, was ich meine? Das hat was. Wenn wir spielen, spielen wir. Was hast du mir heute gesagt? Boah, Jas, Mann, ich weiß schon früher auch, Jas hat viele Bestrafungen nicht gemacht. Digga, guck mal, wer ausradtet, ja. Was hast du mir heute gesagt? Ja, weiß ich nicht. Nur am Falke. Nur. Bitte, Bruder, du hast mich zu und zu viel. Hab ich gesagt, gut, kein Problem. Das war eine linke Aktion. Ich hab das von Anfang an gerochen. Ey, aber ist nicht korrekt von dir. Ich hätte dich niemand so eingeschätzt. Bei Allah, Frank, bei Allah. Ich hätte mich niemand so eingeschätzt. Darf ich da noch reden? Darf ich da noch reden? Ich sag dir eins, ich will dir eins sagen. Guck mal. Ich will dir das nicht noch ein Punkt. Lass mich. Lass mich. Ich will einen Punkt sagen. Bruder, guck mal, ich will dir was sagen, was du nicht verstehst. Bei Allah, du verstehst das nicht. Du denkst, du kannst mich schlinken und mich verarschen. Bei Allah, du brauchst zehn neue Leben, um mich zu verarschen. Checkt dich, Digga. Ihr könnt jetzt ja nicht verarschen. Ihr kennt jetzt ja nur von jetzt TikTok-Zeiten. Ihr kennt jetzt ja nicht von damals. Ich bin der Wahll. Du musst zehn mehr Leben haben. Digga, kein Spaß. Ich seh das hier sportlich. Ich hab dich nie als Feind gesehen. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben gelacht, getan. Es geht nicht darum. Aber du sagst mir, bei Allah, du gibst mir dein Wort. Es ist alles sauber. Gewinn sauber. Ich schick dir zehn Löwen. Es geht nur im Prinzip. Beruhig dich, beruhig dich. Was stehst du? Beruhig dich, beruhig dich. Wo ist das Problem, dass ich eine Minute reden darf? Hör zu, hör zu. Ich beruhig mich. Hier, Robin, Robin, Robin hat mir wieder was geschenkt jetzt. Ey, Robin kann dich schicken. Robin ist für mich gestorben. Guck mal, nein, nein, nein. Robin bin ich nie wiedersehen. Weißt du warum? Der hat seine Seele verkauft. Ganz einfach. Bei denen ist ja auch wichtig, wer bei wem spendet und wer bei jemand anderes spendet. Die sind sauer und so. Diese Politik ist auch bei TikTok. Das ist wirklich krass. Die sind einfach sauer, wenn deren Leute bei anderen spenden. Es gibt wirklich, ja, es gibt unausgesprochene Regeln einfach. Das ist geisteskrank. Guck mal, warum lässt du mich nicht ausreden? Er ist kein Mann, weil Allah, Robin ist kein Mann. Warum darf ich nicht ausreden? Lass doch in Ruhe. Ey, ich will nichts mehr hören. Einmal F. Robin in den Chat. Ehrlich, F. Robin. Was die Zuschauer hier auch gesehen haben, hat auch gereicht. Du bist, Wallah, Frankie, Wallah, du hast genau das bewiesen, was man nicht beweisen soll, das war eine Linke, Kümmer. Du sagst zu mir, gib mir deine Hand, ein Mann, ein Wort. Ich hab dich extra vorhin gefragt. Was hast du vor? Bei Allah nichts. Dann kommt Robin zu mir. Ich hab ihn alle seine acht Muster weggenommen. Er sagt, wir rasieren ihn. Alles gut. Ich seh das sportlich. Ey, auch wenn ich einen Löwen oder zwei Löwen. Aber doch nicht auf diese Art, Bruder. Es ist doch... Schäm dich mal. Du bist ein erwachsener Mann. Du hast jetzt drei Minuten geredet. Digga, die streiten sich gerade wirklich ernsthaft darum. Wart mal ganz kurz. Ich check das nicht. Also, es ist kein Spaß. Die streiten sich gerade darum, dass sie ein Match gemacht haben und der andere nicht gespendet hat. Okay, diese Prinzip-Sache verstehe ich. Aber dass man sich dann so anschreit im Livestream, der eine schreit, der andere schreit. Das meinen sie doch beide nicht ernst. Ja, das ist fehlwärmlich. Ey, das meinen doch beide nicht ernst. Du bist ein erwachsener Mann. Du lässt mich nicht ausreden. Du bist ein erwachsener Mann. Nein, was? Ganz ehrlich, du bist bei mir, bei Allah, Bricky. Du bist bei mir. Okay, okay. Gib mir eine Minute. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Du hast mich so krass enttäuscht. So krass enttäuscht. Weißt du was? Ich schicke dir zehn Löwen. Aber du hast mich so krass... Dann soll er jetzt schicken. Wie ein Mann. Zehn Löwen auf Locker. Auf Echtzeichen. Ja, schick. Er soll schicken. Krass, ja. Enttäuscht, äh, äh, Korschwink. Du hast mich so krass enttäuscht. Bei Allah, bei Allah. Wegen einem Spiel. Komm doch. Allah ist mein Zeuge, verstehst du? Komm doch. Pass auf. Jetzt, glaube ich, geht es privat. Jetzt sind nochmal die anderen Leute drin. Jetzt geht es aber auch ins Persönliche mit Komm doch und so. Das geht schon persönlich, ne? Hör mal zu, hör mal zu. Ich rede nicht viel. Ich werde dir zeigen, aber ich rede. Du hast die Polizei zu mir nach Hause geholt. Lieder, Wallah, das ist alles. Oh, 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 krass. Ey, hör zu. Er redet eine Woche über, über mich, eine Woche und über meinen Bruder. Danke. Wallah, weißt du, was du willst? Warte, Wallah. Komm doch einfach, komm. Warte, du kannst mich abhören. Ab jetzt nach Hamburg, komm. Warte, warte, ich mach dir einen anderen Vorstand. Komm, komm, komm. Warte, lass mich reden. Digga, was geht ab? Ja, komm nach Hamburg, Gunze. Du willst regnen, du willst Geld verdienen. Ich will kein Geld verdienen. Ich, ich, ich und du treffen uns allein. Ohne Geld. Ich und du alleine treffen uns. Digga, Mann. Digga, die schreien so unruflich. Boah, Alter, Alter, ey, Mann. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch, ne? Aber mein Ohr ist echt laut, Digga. Ich will nicht wissen, wenn du da, wer mit den Leuten im Haus wohnt, aber das, man denkt sich doch, was ist los? Und dann sagt er, du gehst dahin und sagst, was ist los? Der hat mir keinen Löwen geschickt, obwohl er gesagt hat, er schickt mir einen. Der Unterblick, ehrlich. Komm, 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 wir machen das im Ring. Vor allen Leuten. Nein, ich und du alleine, ganz alleine. Komm, du Zigga. Alleine auf Straße, alleine auf Straße, mein Kind. Auf Straße. Nicht, nein, 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 nein. Mann, du willst Geld verdienen, ich will kein Geld. Ich will mein Fame. Komm, ey, hör zu. Du willst Fame. Arafat, Arafat, Claire. Du machst alles viel Fame. Du machst alles viel Fame. Yasser, 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 aufpassen. Ja, das heißt, der will das im Ring aus, neuer Fight, oder was? Code Frankie gegen Yasser? Macht Sinn auch dann, ne? Sag nicht Beleidigungen, nicht, dass du... Ja, ich hab nicht Beleidigungen gesagt. Nee, nee, nicht, dass du gespät bist. Arrogante, kümmere dich um deine Schwester erst mal. Deine Schwester, bitte. Tika, was hat jetzt Arrogante gesagt schon wieder, dass er so... Ja, hab ich schon was gesagt. Das ist deine Mutter. Arrogante, Arrogante, Mann, du kannst dich... Deine iranische Mutter. Arrogante, vergeb dich nicht auf sein Niveau. Ja, was ist... Unverschämter, Arrogante. Beleidigt nicht, beleidigt, sonst wirst du gesperrt. Nein, nein. Da ist ein Junko so locker. Digga, was geht ab, Alter? Ihr habt doch Schwester, Mester und so. Digga, ich sag nicht, Unmut ist wirklich besonder Charakter. Digga, Unmut ist echt Platzverschämter. Er ist echt so, weiß nicht, so... Also, ich weiß nicht, wie ich... Also, für mich ist das so halt einer so... Ja, okay, ja, okay. So halt... Sidekick. Er ist ein Unverschämter, halt. Seht ihr, Leute, was ich meine? Wenn er Unrecht ist... Recht... Wenn er Unrecht hat, fängt er an, zu beleidigen. Hier, er hat gerade Arrogante beleidigt. Aber gut, aber gut, Leute, alles gut. Der hat ein bisschen übertrieben, Wallah. Jaser, warum gibst du so einen... Arrogante, Allah, Kalliq, Latzeb. Okay, okay. Aber warum gibst du so einen Menschen auf der Plattform, Bruder? Sag keine Ausdrücke. Bei mir gibt es keine Ausdrücke, keine Beleidigung. Okay, aber das ist ja meine Rückbankpartie. Aber Arrogante, ich küsse dich jetzt. Ja, Allah. Die haben das ja... Iraner haben das ja von hinten. Au, au, au. Jetzt ging Iraner... Jetzt geht es wieder um ganze Nationalität. Und jetzt wird er sich wieder entschuldigen. Er muss sich aber wieder entschuldigen. Iraner sind meine Brüder. Ich habe das nicht so gemeint. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Wählt mal. Arrogante, Allah, Kalliq, Yasalami. Allah, Kalliq. Okay, Bruder. Leute, das ist gut schwingend. Was in dir steht. Ich und du eins gegen eins. Ich und du eins gegen auf der Straße. Halt drei Leute. Hol zehn Leute mit. Ich komme alleine. Ich komme alleine. Wir filmen das. Wir filmen das. Arrogante soll ein Kauf klären. Wir beide alleine. Boah, Yasalami verliert sich gerade. So ist er auch noch nie ausgeratzelt. Ey, sauer. Erstmal sein Bruder vor paar Wochen, wenn er unser Video gesehen hat, auf jeden Fall auf dem Kanal. Aber sein Bruder vor paar Wochen hatte den mega Ausraster. Jetzt hat er ihn mega Ausraster. Die Abu-Jakas haben fuckingen, digga. Amf, klärt. Ich mache ihn platt. In einer halben Minute. Kikopp-sportlich. Yasal, 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 Yasal. Yasal, Yasal. Yasal, du feikling. Falkling, feikling. Okay, dein Bruder schäme sich bitte. Gott schweig dich bitte. Weil Allah, fuck. Das hat's noch verstanden. Ich nehme 10 wie dich auseinander. Yasal, Yasal. Yasal. Grund, Gott Schwenke, ich rede mit dir. Guck mal, die holen drei Leute, die gegen mich sind. Nein, nein, ich bin nicht gegen dich. Lüthar, ich bin nicht gegen mich. Oh nein, der ist ja wirklich, der hat nichts gesagt. Der ist sicher nicht gegen ihn. Ich frage dich mal, warum... Drei Leute, die gegen mich sind? Ich bin zufrieden. Ich bin gegen niemanden. Ich kenne die Geschichte nicht. Ich bin nicht gegen dich. Nee, beleidige deine Zuschauer. Er hat ein Match verloren und das war's. Nee, beleidige deine Zuschauer. Gott Schwenke wird sauer, bla bla bla. So, jetzt Arafat in der Seite. Jetzt ist kein Spaß mehr. Jetzt aber erst mal melden bei großen Brudern. Kommt Rat, kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Arafat. Ich hab das am Anfang nicht gerafft. Verpeckst du bist, ne? Sauer, bla bla bla, alles gut. Gott Schwenke verliert, alles gut. Heute schreibt er mir, dieser Robin. Berichterstattung. Er sagt sogar mit Dings, der über Spender und so redet. Die gehen ja richtig tief rein. Oha. Hast du die Nummer von Gott Schwenke? Gott, der, mal zwei. Dann hab ich ihn kriegen. Brauchst du die Nummer? Nee, hat sich erledigt. Hab schon mit ihm geklärt. Okay, alles schön, gut. Ist doch seine Sache. Wir wollen Mädchen heute, er kommt zu mir rüber. Jasen, wir machen ihn platt. Ich hab heute den ganzen Tag bei ihm gespendet. Ich hab acht, äh, äh, DFC von drei. Acht Boxhandschuhe? Guck mal, Derry. Eins, jetzt. Acht Boxhandschuhe. Und wir machen ihn platt. Alles gut. Sag, tamam. Erste Runde. Das war aber abgesprochen zwischen ihn und Frankie. Nix. Auf einmal, was macht der erste Runde ganz leicht? Ich gewinne er... Boah, das ist so peinlich. Das ist schon sehr unangenehm auf jeden Fall, ja. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Jasen hat vor ein paar Tagen, ein paar Wochen noch gesagt gehabt, das ist für mich, das ist nur Spaß und so. Das ist für mich nicht betteln, das ist nur ein Battle. Digga, der hat so grad rumgehalten bei Coach Frankie. Junge, er heult so sehr rum, geht's mit dem großen Bruder aushalten. Ja, ja. Herrlich. Heftig, ne? Das ist krass. Erste Runde, alles gut. Herr Mel, Coach Frankie macht diesen Film, äh, Paul, wer ist denn drinne? Mit Tible, dieser Robin. Jasen, mach dir keinen Sorgen, ich bin drinne, alles gut, ich bin auf deiner Seite. Sicher, ja, ich bin drinne, alles gut. Du zahlst lieber auf, bitte. Wer da oben rechts? Auf einmal, was macht der? Wir fangen an zu matchen um zwei Löwen, er geht zu ihm, macht Handschuhe, bumm, 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 er schießt alles gegen mich, du eh. Was macht der da? Und das war alles zwischen denen abgesprochen. Wett mal, also er hat dich verarscht. Ah, Digga, guck, bei denen, die besprechen, Digga, mit den Leuten, die spenden, die ziehen dir richtig aus. Das ist krass. Wenn die Leute auch noch das Geld haben, dann ist in Ordnung, wenn die Leute das Geld übrig haben, dann ist deren Ding, aber wenn die Leute das Geld nicht haben, das ist schon hart, Digga. Ja. Ja, ja. Herrlich, meine erste, für deine Augen, ich blockiere ihn, Schuf. Tschüss. Aber jeder hat noch einen. Habibi, hätte er mir gesagt, ich bin bei Coach, ich bin, alles gut. Okay. Er soll doch einfach wieder gut machen. Alles gut, ich verlasse mich auf ihn und auf die anderen. Und dann macht er sich die Aktion. Robin, geh einfach zu meinem Bruder, mach wieder gut, alles gut. Jalla. Digga, mit Arafat redet. Sein Wort hat Gewicht, Digga. Ihr müsst es langsam verstehen, mit Arafat ist nicht zu spaßen, Digga. Geh rüber, mach wieder gut. Also einfach ist das. Geh rüber, mach gut, Digga. Das ist kein Spaß. Das heißt, du kannst dich erst mal beruhigen, besänftigen, wenn ein bisschen. Wenn du ein bisschen, ne? Schmanni da lässt, auf Korrekt. Okay, easy, Digga. Ja, ey.